In diesem Video bekommst du fünf Dinge, die nur Autisten kennen und verstehen und die sonst niemand nachvollziehen kann. Nummer eins, sich in der Welt wie ein Fremder fühlen. Und damit meine ich wirklich, sich in der Welt wie ein Fremder fühlen. Ich weiß, dass auch viele nicht-autistische Menschen sagen, hey, ich fühle mich in der Gesellschaft häufig allein. Hey, ich fühle mich auch irgendwie nicht zugehörig zu den anderen. Aber bei Autisten ist das noch einmal fünf Nummern krasser. Und da möchte ich dir auch ein oder zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben geben. Nun, bei mir war es so, als Kind und Jugendlicher, dass ich abends am Wochenende mit dem Fahrrad rausgefahren bin vor einer Diskothek, die bei mir in der Nähe war. Und habe mich mit dem Fahrrad ein Stückchen weit fernab von der Diskothek gestellt und die Menschen beobachtet, wie sie draußen vor der Disco standen. Sie standen dort mit ihrem Bierchen in der Hand und haben sich unterhalten. Und ich habe mir gedacht, was zum Teufel machen diese Menschen dort? Es war mir unbegreifbar, was diese Szenerie, ein Haufen Menschen, damals habe ich immer gesagt, eine Ansammlung von Materie, dort zu suchen hat. Was die Funktion dieses Zusammenstehens der verschiedenen Menschen sei. Es war mir einfach unbegreiflich zu ergründen, was dort vor sich geht. Eine ähnliche Situation hatte ich mit meiner ersten richtigen Freundin. Ja, da war ich so 15, 16 Jahre alt und ich muss sagen, damit bin ich als Autist wirklich sehr, sehr früh, was Partnerschaften anbelangt. Viele Autisten schaffen es ihr Leben lang nicht, eine Beziehung zu führen. Wie dem aber auch sei. Meine Freundin sagte damals, hey, ich gehe zu meiner besten Freundin heute Nachmittag und wir machen Cocktails und verbringen Zeit miteinander. Und ich habe dann gesagt, ja, aber was macht ihr denn genau? Sie sagte, na, wir machen Cocktails und verbringen Zeit miteinander. Und ich sagte, was verheimlichst du mir denn? Es kann doch nicht sein, dass ihr nur Cocktails macht. Ja, Cocktails machen und Cocktails trinken, das tut man sich, um irgendwie die Langeweile zu überbrücken. Aber was ist die primäre Funktion eures Zusammentreffens? Und ich habe es einfach nicht begriffen und sie hat nicht begriffen, was ich nicht begreife. Das ging so weit, dass ich ja praktisch auf Knien vor ihr gerutscht bin und sie angefleht hat, mir bitte, bitte zu erzählen, was sie mit ihrer Freundin denn macht und was denn das für ein Geheimnis sei. Und ich dachte ehrlich gesagt, sie würde mich nachmittags mit einem anderen betrügen, weil ich einfach keine Vorstellung dafür hatte, dass Menschen sich einfach mal so mit anderen treffen. Ja, heute weiß ich natürlich, dass das dumm von mir war, dass das nur mein Unwissen war über die menschliche Funktionsweise, über das menschliche Miteinander. Heute weiß ich natürlich, dass Menschen, wenn sie miteinander Zeit verbringen, über Gestik und Mimik Gefühle miteinander austauschen. Ja, jemand, der sich gut fühlt, kann dieses Gefühl über Gestik und Mimik an anderen Menschen kommunizieren. Und andere Menschen können das intuitiv verstehen und empfinden in diesem Augenblick ganz automatisch das gleiche Gefühl in sich selbst. Das ist natürlich ein verständlicher Grund, wenn man das weiß. Ja, Menschen treffen sich, um nur Zeit miteinander zu verbringen. Das heißt zum Beispiel, sich über Gestik und Mimik, ja, auf einer emotionalen Kommunikationsebene, die für Autisten wie mich damals verschlossen blieb und für viele auch für immer verschlossen bleibt, ja, Emotionen auszutauschen. Das ist verständlich. Weil ich, hey, etwas Gutes fühlen, ja, sich gut fühlen, darum dreht sich doch das ganze Leben. Weil ich das aber damals nicht wusste, konnte ich gar nicht verstehen, warum Menschen zum Beispiel sich in Diskotheken treffen, ja, sich gegenüber positionieren, sich aufstellen, ja, sich in ihrer Atomarmasse konzentrieren, um was das alles soll. Ja, und so krass ist es, dass Menschen mit Autismus häufig das Miteinander anderer Menschen nicht verstehen und weil ihnen diese Dimension des menschlichen Miteinanders die emotionale Kommunikationsebene häufig völlig abgeht und man diese, ja, auch durch äußere Beobachtung, wie ich es als Jugendlicher in der Disco oder vor der Disco versucht habe, nicht erschließen kann, denn das lässt sich äußerlich nicht beobachten, fühlen sie sich häufig unfassbar fremd in der Welt. Nummer zwei, Dinge, die nur Autisten kennen und verstehen. Musik auf Dauerschleife hören. Ja, viele Autisten, wenn sie Musik hören, picken sich meistens nur ein Musikstück raus und hören das in Dauerschleife über Wochen bis Monate. So ging es mir früher, als man noch CD-Alben gekauft hat. Ja, da habe ich mir ein Album gekauft und auf diesem Album fand ich vielleicht fünf oder sechs oder sieben Titel gut. Ich konnte sie mir aber nicht nacheinander oder noch schlimmer alle durcheinander anhören, sondern musste mir einen Titel rauspicken von diesem ganzen Album und habe das wochenlang auf Dauerschleife gehört. Mehrere Stunden am Tag. Dabei bin ich übrigens in meinem Kinderzimmer immer im Kreis gelaufen. Ich hatte damals einen Funk-Kopfhörer, die waren damals unfassbar teuer, denn man hatte ja noch eine normale Musikanlage. Ich bin jetzt 34 und ja, hat, wenn ich natürlich im Kreis laufen wollte und dabei ständig das gleiche Musikstück hören wollte, hätte ich mich mit einem normalen Kopfhörer, ich habe auch immer über Kopfhörer gehört, ja eingewickelt mit diesem Schnurr-Kopfhörer. Deswegen brauchte ich einen teuren Funk-Kopfhörer. Heute ist das natürlich sehr viel einfacher. Irgendwann kamen die MP3-Player, heutzutage hat man die Mucke auf dem Handy und da ist es kein Problem, dass ich natürlich auch heute in meiner Wohnung noch auf- und ablaufe, wenn ich immer und immer wieder das gleiche Musikstück höre. Ich denke, das ist eine Sache, die nur Autisten kennen und nachvollziehen werden und nicht Autisten das keinesfalls so krass erleben oder leben werden. Nummer 3, sensorische Auffälligkeiten und ich meine wirklich krasse sensorische Auffälligkeiten in der Wahrnehmung der Welt. Das kann sich auf viele, viele Bereiche erstrecken. Das kann sich auf Geräusche erstrecken, aber auch auf Lichtreize, Geschmäcker, Berührungen und so weiter und so fort. Ja, das kann so weit gehen, dass, und ich denke, das ist eine Sache, die fast nur oder vielleicht sogar nur Autisten kennen werden, dass man bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen kann, weil die Nähte der Kleidung oder die Zettelchen hinten in der Kleidung oder an der Seite einem richtig wehtun auf der Haut. Ja, das kann schwierig sein, das richtige Kleidungsstück für einen auszuwählen, wenn einem selbst die Nähte auf der Haut wirklich wehtun. Viele Kinder kennen das auch, dass die Nähte an Socken ihnen beim Laufen wehtun. Und das ist sehr, 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 sehr unangenehm. Es kann helfen, dann diese Zettel aus der Kleidung herauszuschneiden oder sich ganz genau auszusuchen, welches T-Shirt, welchen Pullover möchte ich tragen. Es gibt aber auch weitere sensorische Auffälligkeiten, zum Beispiel, dass man visuell immer bestimmte Muster und Strukturen in der Umwelt wahrnimmt. Zum Beispiel, wenn man ins Badezimmer geht oder in die Küche und dort Kacheln an den Wänden oder auf dem Fußboden sind, dass man dort sehr, sehr aufdringlich dieses Kachelmuster sieht. Und der ganze Raum, wenn man dort hineingeht, einem in der eigenen Wahrnehmung vergittert vorkommt. Das ist eine Sache, die werden wahrscheinlich nur Autisten so intensiv kennen. Oder zumindest nur sehr, sehr wenige Menschen ohne Autismus so erleben und nachvollziehen können. Ich kenne auch, was visuelle Reize anbelangt, Betroffene, die nur mit Sonnenbrille draußen auf die Straße gehen können, egal zu welcher Tageszeit. Ich kenne sogar einen Autisten, der muss in der Wohnung eine Sonnenbrille tragen, weil er teilweise durch die Intensität des Lichtes, das durch das Schlüsselloch oder unten die Lücke zwischen Tür und Fußboden in einen Raum hereinfällt, geblendet wird. Viele Autisten können nur mit Augenmasken schlafen. Viele Autisten können nur mit Ohrstöpseln schlafen, weil ihnen bestimmte Geräusche so wehtun. Oder sie andere Geräusche oder bestimmte Geräusche nicht ausfiltern können und sie nicht zur Ruhe kommen. Es kann sogar so weit gehen, dass wenn sie sich, ja, ich möchte sagen, dort hineinsteigern, weil sie sich immer und immer wieder geärgert fühlen im Laufe des Lebens durch bestimmte Geräusche, dass ihnen das Klimpern ihrer eigenen Augen sehr aufdringlich erscheint. Das sind alles Probleme von Menschen mit Autismus. Nummer 4, der Letzte und damit meine ich wirklich der Letzte und Gemobbte im Schulsport zu sein. Das ist ein großes Problem von Menschen mit Autismus. Menschen mit Autismus, insbesondere wenn sie ein Asperger-Syndrom haben, haben häufig extreme Probleme, ihren Körper zu kontrollieren, sind dementsprechend schlecht im Sport. Es kann sein, dass zum Beispiel Menschen und Jugendliche mit Autismus nicht in der Lage sind, beim Ballsport einen Ball zu fangen oder den Fußball zu treffen. Wenn ich jetzt sage, der Letzte zu sein im Sport, na, da werden viele meiner autistischen Zuschauer jetzt gleich an Mannschaftssportarten denken, wo dann, ja, die anderen oder wo die Kitze in der Klasse sich aussuchen musste, wer kommt in ihre Mannschaft und so weiter und so fort. Ja, und als Autist ist man eigentlich immer der Allerletzte gewesen, der übrig geblieben ist. Und wenn man dann, ja, in eine Mannschaft musste, weil man der Letzte war, der noch übrig geblieben ist, haben die anderen, ja, sich beschwert, geklagt. Nein, wir wollen den oder wir wollen die nicht in unserer Mannschaft. Ja, der macht uns den Sieg kaputt und so weiter und so fort. Und das kann leider, leider auch zu Mobbing durch andere Mitschüler führen, weil sie einen, das muss man ganz klar sagen, Hass auf einen entwickeln, weil man es einfach nicht besser kann, weil man einfach nicht sportlich genug ist und somit die Mannschaft, die einen in der Mannschaft hat, das Spiel verliert oder zumindest einen großen Nachteil hat. Das ist sehr, sehr krass. Deswegen denke ich übrigens, dass ein wirklicher Nachteilsausgleich für Menschen mit Autismus im Schulsport gewährt werden sollte. Oder dass Lehrer, die autistische Kinder haben, die Mannschaften durch Losverfahren ermitteln sollten. Das ist eine Sache, die ihr wisst, dass ich niemand bin, der Autisten sprichwörtlich in Watte packen möchte oder mit Samthandschuhen anfasst. Aber das ist ein Nachteilsausgleich, den sollte man Autisten wirklich gewähren und das kann man Autisten auch wirklich Gutes tun. Ja, warum sind übrigens Autisten motorisch so unbeholfen? Das hat häufig damit zu tun, dass sie aufgrund ihrer autistischen Wahrnehmungsbesonderheiten, aufgrund dieser ganzen Kiste mit Spiegelneuronen und so weiter und so fort, nicht in der Lage sind, Körperbewegungen anderer Mitschüler, anderer Menschen ja generell zu spiegeln. Deswegen werden sie häufig auch Probleme haben, angemessene Körpersprache in bestimmten Situationen zu zeigen, weil sie eben nicht automatisch die Körperstellung anderer Menschen spiegeln und sich darauf anpassen. Das kann so weit gehen, dass Autisten zum Beispiel, da bleiben wir jetzt mal beim Schulsport, wenn man ihnen einen bestimmten Bewegungsablauf vormacht, sie diesen nicht nachbewegen können. Dazu sind sie nicht in der Lage. Das kann dazu führen, dass sie häufig ein sehr merkwürdiges Gangverhalten haben, dass sie einen sehr merkwürdigen Gang haben, sehr merkwürdig laufen, dass sie mit ihrer Körperstellung immer sehr, sehr merkwürdig wirken. Autisten müssen aus eigener Kraft, weil sie eben nicht automatisch die Körperstellung anderer Menschen übernehmen, spiegeln können, versuchen ihren Körper irgendwie bewusst in eine Stellung zu bringen, die der Situation angemessen ist. Sie müssen häufig bewusst versuchen, so und so zu laufen, zu gehen. Ja, selbst das ganz normale Gehen kann für Menschen mit Autismus sehr, sehr schwierig sein. Ich muss ja nicht erwähnen, dass es sehr schwierig ist und sehr anstrengend vor allen Dingen auch, alle seine Körperbewegungen ständig und in jeder Situation bewusst steuern zu müssen. Und ja, es sieht auch nicht so gut und elegant aus, wie es nicht Autisten können, indem sie einfach ihre Körperstellungen, ihr Gangverhalten, ihre Bewegungen untereinander automatisch aneinander angleichen. Das ist ein großes Problem von Menschen mit Autismus, dass wahrscheinlich nur oder fast nur Menschen mit Autismus so krass kennen werden. Nummer 5. Eine Sache, die ganz stark an Nummer 1, ja, ein Außenseiter in der Welt zu sein, anknüpft. Nämlich dringend Hilfe zu brauchen, aber keine zu bekommen. Immer und immer wieder aus dem sozialen Verband herauszufallen, selbst bei Fachleuten. Warum ist das so? Ja, Menschen mit Autismus haben große Probleme, ihre Gefühle angemessen oder überhaupt über Gestik und Mimik zu kommunizieren. Das kann dazu führen, dass sie zwar verbal gegenüber einem Facharzt zum Beispiel oder dem Hausarzt äußern, mir geht es schlecht. Dieser Hausarzt, dieser Facharzt, der sich aber primär an ausgesendeten Emotionen und an der Kommunikation über Gestik und Mimik orientiert, denn so ist er es gewöhnt von all seinen anderen Patienten, wird den Autisten gar nicht ernst nehmen, wenn er es nicht schafft, dieses Gefühl auch über Gestik und Mimik zu kommunizieren. Früher hat man sogar gesagt, als man weniger die hochfunktionalen Formen von Autismus im Fokus hatte, ja, in der medialen Berichterstattung und man noch viel mehr die niedrigfunktionaleren Formen von Autismus im Blick hatte, dass Autismus die schwerste aller Formen von Behinderungen ist. Man hat früher sogar gesagt, dass Autismus noch eine schwerere Form von Behinderungen ist, als zum Beispiel das Down-Syndrom-Trisomie 21. Denn Menschen mit Trisomie 21, so schwer sie natürlich gehandicapt sind, das muss man ganz klar sagen, haben trotzdem noch die Möglichkeit, Glück und Zufriedenheit aus dem sozialen Verband zu ziehen. Auch Menschen mit Trisomie 21 werden häufig durch Ärzte, Betreuungspersonen, Betreuungspersonen und so weiter und so fort sehr positiv wahrgenommen von diesem geliebt und geschätzt, weil diese Menschen in der Lage sind, trotz ihrer Behinderung sehr viel Freude auszustrahlen, ja, und auch anderen Leuten gute Laune zu machen. Man weiß sogar, dass Menschen mit Trisomie 21 überdurchschnittliche Freude und Lebenszufriedenheit haben. Interessant, ja, nicht wahr? Und diese Fähigkeit geht Autisten leider ab. Und so ist es, dass Menschen mit Autismus häufig als die aller, aller schwerste Form von Behinderung wahrgenommen werden. Ja, meine Lieben, das wären jetzt einmal fünf Dinge gewesen, die nur Autisten kennen und verstehen und die anderen Nicht-Autisten wirklich nur sehr schwer nachvollziehen werden können. Wenn dir übrigens noch andere Dinge einfallen, schreib sie gerne in die Kommentare, ich bin wirklich sehr gespannt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Schau dir natürlich auch meine anderen Videos an zum Thema Autismus. Ich möchte dir hier auch noch ein Video empfehlen, in dem ich über meinen Autismus erzähle und das dich mit Sicherheit interessieren wird, wenn du selber Autist bist oder dich generell für das Thema begeistern kannst. Für heute bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Haltet wie immer die Ohren steif und ich denke doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.